Oh, ja, komm. Nein, 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 nein. Das zählt auch nicht. Genau, eine schöne Runde zum Abschluss. Das hätte er sich nicht mehr machen können, ne? Ja, nix. Ja, vielleicht war Hospitalisch ein Scheiß-Call. Er ist in der selben Sekunde gestorben wie ich, oder was? Ja. Werfte sich ein Leben ohne Marco, macht keinen Sinn. Ich dachte, ich hätte schon was gehört. Aber dann dachte ich, das kann eigentlich gar nicht sein. Und dann war das doch so. Ich würde, glaube ich, immer davon ausgehen, wenn ich denke, dass ich was gehört habe, dann ist da auch was. Du bist auch ein krasser Ficker. Aber ich share hier meine Wisdom mit dir und du wirst frech, oder was? Hä? Wieso frech? Ich sage, du bist auch ein krasser Ficker. Ja, ja. Ja, das war mein Freund einer. Dann kannst du das ganz mit sonst hin werden, aber nicht mit mir, mein Freund. Verstehen wir uns? Das war auch mein Freund. Hab die da rein mitarpreziert, oder nicht? Das ist ja nicht mein Problem, ne? So. Und deine Mama, die dir keine Erziehung beigebracht hat, denn da musst du jetzt nicht an mir auslassen. Oh, okay, okay, okay. Er geht auf Mutter. Wir machen so, okay. So. Was hat er jetzt verstanden? Sonst komme ich dir mal in den Winschenbach und dann sieht das mal ganz anders aus, da. Ich möchte Marco nämlich mit dem Steak haben vom Grill. Bitte? Was, bitte? Der Marco hätte dann gerne ein Steak. Ja, aber... Was hat Pierre gesagt? Wie ein Schlaganfall, wenn man selber niemals erledet. What? Oh, Mann, Pierre. Hey, fünf Kills in der Pre-Game-Lobby. Ich leck mich am Arsch, ey. Was hat er denn gesagt? Ich hab nicht zugehört. Ich meinte, also ich meinte so, ich komme in den Winschenbach, ne, dann sieht er da ganz anders aus. Und dann meinte Pierre so, ja, und Marco will ein Steak vom Grill. Warte, ich verstehe es nicht. Komplett out of order. Ja, wir haben es auch nicht verstanden. Oh, Mann. Ne, 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 hier. Okay. Alle rund, alle runter, alle runter. Auf welchen denn? Auf welchen denn? Rechts hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Naja, das wäre für mich links und geradeaus, aber gut. Ich mache jetzt den Zippel und laufe in meiner Eiderlinie von Kiste zu Kiste. Es ist komplett egal, was die Leute machen. Auch die Leute, die an unserer Kiste ballern, sind die auch egal. Nee, natürlich ist die egal. Ich gehe da jetzt hin. Mach das Sippel echt. Also manchmal irgendwie schon. Oh. Oh. Aha, ist auch schon noch Angst. Ey, knacken wir jetzt nochmal die Tür in die Schnauze, mein Freund, ne? Auf was schießen wir? Ja, das sind so ein paar. Das sind so ein paar Spackos. Was ist passiert, Marco? Was war da? Fick dich, jetzt ist es nie. Ne, was? Oh mein Gott, alter. Hey, bin ich anscheinend knapp noch mit dem Leben davon gekommen. Sachen gibt's, die gibt's gar nicht. Max, wie geht's dir so? Ja, ich weiß gerade nicht, wo ich hier reingeraten bin, aber irgendwie, beim Blau sind voll Leute im Nebenhaus. Ja, ich glaube, da wo Marco gestorben ist, da sind auch Leute. Ey, wie kommst du denn da drauf? Der wurde leider vor meinem Dach gekillt. In der Ruhe, bitte. Okay, Leute, dann. Viel Spaß hier noch. Okay, okay, okay. Ach, können die sich nicht einfach mal alle ficken gehen? Pierre, wenn du die Kiste holst, dann kann ich, äh, noch einen holen. Oh mein Gott. Nein. Krass, wie sollte der schon seit Lowdown? Pierre, die Kiste? Ach, das gibt's nicht. Ganzes Team chillt immer noch in dem Haus. Echt? Ja, hast du ihn gerade nicht gesehen? Der stand direkt vor dir. Das war ein Scherz. Also ich find das gar nicht lustig. Boah. Oh, nein. Oh, nein. Hm. ach weiße warte ohne witz ne wer diesen gulag entworfen hat na der gehört selber in school der gehört nackt auf den marktplatz aufgestellt und immer wieder die eier getreten er fühlt jetzt ein bisschen übertrieben das ist eigentlich noch zu wenig ich finde ihn ganz geil ich finde auch ganz klar ok klingt so ein bisschen man und klärt das ist dann an den gulag geil man kann das so ein bisschen schön spielen bisschen tricksen kann man das in der scheiß ecke setzen kannst du dich halten kannst du auch keine ahnung ich fand zum beispiel den ersten gulag fand ich zum beispiel nicht so geil was ist denn der erste für dich das war der erste der erste war doch der mit diesen ja was so aussah wie präsent halt ja der zweite der war eigentlich immer nur gut bevor die den gepasst haben wenn du auf einer guten seite warst wo du so ab eben konntest und jetzt ändern die das halt komplett wenn du kannst nicht mehr ab du musst halt schon bewegen keine ahnung also dem gulag findest du musst du dich bewegen was ganz anderes er muss sich auf jeden fall aus dem sporn bewegen der welcher kollektiv denn gerade beim jetzt das recht jaja er hat jetzt recht ja max sich mehr bewegen als bei dem ersten aus season 2 ja max und weißt wovon wir reden wo das ist richtig ich finde aber auch man muss sich mehr bewegen bitte hallo das ist recht anstrengend ich kann nicht mehr das ist echt furchtbar können wir bitte einfach gar nichts sagen für eine minute besonders du hier alte lavabacke ich sammeln gerade noch ein bisschen shit an er juckt mich nicht kannst du das auch leise machen das fehlen 300 für low dort wenn einer von den anderen beiden ist gar kein problem ist ja egal wer von den beiden das ist aber ist jetzt recht an deiner eck oder wart das ist ja egal wer von der rote Ich habe noch Kontakt. Achtung! Hast du die Tür geknallt, Marco? Oben gerade einmal, ja. Achso. Wenn wir einmal komplett rum sind und die kommt hier. Ja. Klasse. Stehen wir eigentlich ganz gut, ne? Mhm. Komm, dann holen wir jetzt nach Kost und dann können wir das vielleicht gewinnen. Hier ist schon eine Karre und Truffeesystem packe ich auch drauf. Ja. Max, kannst du noch ein bisschen leiser machen, bitte. Danke. Hallo Mann, das war mir. Ähm. Hat jemand gesehen? Ja, Leute im Turm, Leute im Turm. Wir werden auch noch von der anderen Seite aus angeschossen. Vom Flugzeug aus. Ja super, da wo ich hinfliege, ja? Ja. Da wird Pia rausgeschlossen. Ja. Einer im Turm down. Irgendjemand... ...wallert hier da irgendwie Scheiß auf uns. So ein Karre macht gleich auch nicht mehr mit. Mhm. Die Dings sind ne neue. Alle raus, alle raus. Wie auch immer dieses LMG heißt. Heimat haben wir den Marco verloren. Jetzt. RIP. Ah! Ich hab während des Einsteigens gesehen, dass da unter der S-Mine lag. Uff. Deswegen hab ich erst mal geschrieben, bevor sie explodiert hat. Ja, uns fehlt 200 für einen von den Boys. Also ich fand jetzt übrigens Geist geholt, haben wir uns auch super. Na, wolltest du da anhalten oder was? Ich weiß nicht. Klar. Ich hatte einen von den Turm Boys down. Ich wollte es nur noch mal erwähnt haben. Ja, ist doch schön. Ja, du hast doch gerade eben von Sarkasmus gesprochen, ne? Das war nicht sarkastisch. Mhm. Da kannst du ja deiner Oma erzählen. Hm. Ich glaub ich bin jetzt ein Aussteiger. Watt bist du? Ein Aussteiger. Mhm. Egal, was jetzt hier... Hä, ist man hier höher als der Turm? Krass. Oh! Sorry, ich hab's nicht so gemeint. Jungs, ihr seid nicht mehr die höchsten Bump-Tod. Ey, der Zug, Max, der Zug. Ich steck auf. Wir sehen uns in einem besseren Leben. Adieu! Macht das Beste draus! Küsst das Mädchen! Mua! Ein Salute! Aha. Hm. Ja. Klasse, Max. Da steht ein Auto, du könntest hinter dem Zug herfahren. Vielleicht kannst du mir auch hier gemütlich machen. Feel that burn, Baby. Ja. Dieses Leben war immer nur das, was du wolltest. Nicht das, was ich wollte. Wer kann hier hochfährt, dass ich hier diesen Scheiß-Weg einfach zu Fuß hoch lasse, damit der mit dem Zug abhauen kann, ne? Ich muss jetzt einfach mal anfangen, an mich selbst zu denken, Max. Ja. Ich kann mein Leben nicht nach dir selbst aufrichten. Hm. Ne, ist ja okay, hab ich voll Verständnis für. Ja. Ist auch... Gar kein Problem. Ja, Reisende soll man nicht aufhalten, ne? Ja. 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 Alter, what? Wie kommt man denn da hoch? Geht's dir überhaupt hoch? Ja. Warte mal. Jetzt muss ich ganz kurz gucken, wo der ist. Hallo. Boa Junge, wie lang dieses Drecks... Oh! Ja, super. Ich bin ja gar nicht auf dem Präsentierteller hier. Fahr auch direkt in die Zone. Schönes Ding. Die erste Karre ist hier bei Boneyard, da wo drei Karren gar nicht verdächtig rumstehen. Ja, du sagst doch immer, ohne Spaß kein Fun. It really to be like that. Katsch, jatsch. Hm. Kannst du beim Max dropen, dann könnt ihr euch was kaufen. Zum Beispiel so'n Pier. Das wollen wir wirklich so'n Pier kaufen? Ja, dann erstmal da hoch zur Bayer. Was hat denn der Klinkau eigentlich gemacht, während ich hier mal ne krassen Place rausgehauen hab? Geld gefunden. Ja, das ist auch nicht schlecht. Was hätt ich denn machen sollen? Weiß nicht. Hab mich nur interessiert, was du gemacht hast. Ich wurde da in der Wallachei zurückgelassen. Ja, du hast doch das Auto. Was denn für'n Auto? Du hast das Auto, du hast das Haus. Was, was du durchgejagt hast? Selbst die Kinder hast du bekommen. Was willst du denn noch von mir, Kind? Die Kinder wollte ich nicht. Noch schlimmer. Hier wär noch ein Scaf, ne? Danke dir, Max. Guck mal, jetzt werd ich hier angepimmelt. Von irgendwelchen Obdachlosen. Auf mich wird schon geschossen, hier vorne. Boah, wenn ich's jemals Zeug zurückschaffe, ne? Krieg ich nen dicken Kutschschmatzer von euch allen. Der, wer schießt denn auf mich? Ist's abgemacht, oder? Nein, es war Lila. Hallo? Nein. Ja, fuhre, Marco. Ohne Scheiß. Natürlich, Junge, du kriegst den fettesten Schmatzer deines Lebens. Jawoll. Hä, wieso? Uff. Pierre, komm hier rein. Die sind close, die sind close. Ja, der kommt hier rum. Der kommt hier rum, Mann, Junge. Sag doch links, rechts, hinten, vorne. Der kommt hier. Was ist denn hier? Der kommt hier rum, Mann, Junge. Ich bin jetzt. Dann geht's. Ich bin jetzt. Ich bin jetzt sofort von dir. Versteige, die ich zum Haken bin. Ich bin jetzt. Dann geht's ja. Das ist wirklich gefährlich. Ah shit 100 fehlen noch Ich hätte genug, aber ich glaube ich schaffe es nicht dabei Bei mir sind Leute Ich sehe von oben nichts Max Doch der kommt bei dir rein Zwei Leute Drei Leute Oh du ich verpiste Komm aus dem Fenster raus Oh fahr 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 No Ach das wäre so cool gewesen Mhm Oh schade Oh Oh Welcome to the Goulet If you survive you earn your freedom Listen up soldier We're near and you return to the front line If you lose you're done You're up soldier Now go sort this fucker out Standby for redeployment Boah Also dafür dass ich 205 damage gemacht habe und nur den Goulet kill habe War das nur eine extrem beeignisreiche Runde für mich Oh Give me all that shit This is all me Give this is all me I dropped deiner bei dir Die scheiß stun Boah ist ne Müllrunde Ich würd's ja ziemlich geil Ich glaub die geht auf Youtube an Was Oh ne Oh das war's dann Och für mich heute Jungs Ja ich glaub auch Wir kriegen heute Das war's dann Das war's dann